Du hast ein Unternehmen oder du planst die Gründung eines Unternehmens, wo du später dann auch dein Exit gestalten willst, um dann aus den Verkäufen deiner Unternehmensanteile auch Gewinne und Kapital zu schlagen? Nun, dann darf ich dir heute aufzeigen, welche Exit-Strategien es überhaupt gibt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und auf der einen Seite beraten wir Gründer, aber auf der anderen Seite auch Start-ups oder etablierte Unternehmen beim Unternehmensverkauf. Und es gibt beim Exit ganz verschiedene Strategien, die ich dir jetzt Stück für Stück aufzeigen werde. Die erste Strategie ist die IPO-Strategie. Das bedeutet nichts anderes als Initial Public Offer oder auch zu Deutsch der Gang an die Börse. Du veräußerst also die Firmenanteile über Aktien an der Börse. Die zweite Möglichkeit für einen Exit ist der sogenannte Trade Sale. Zum Beispiel wurde WhatsApp eines Tages von den Entwicklern verkauft an Facebook. Das heißt also, das Unternehmen wird verkauft an ein anderes Unternehmen. Die dritte Strategie ist der sogenannte Secondary Sale. Das bedeutet, die Firma wird verkauft an eine dritte Person. Die vierte Möglichkeit ist, dass die Firmenanteile nicht an eine dritte Person wie beim Secondary Sale verkauft werden, sondern an die Firma selbst. Die fünfte Möglichkeit ist die Liquidation. Das heißt, die Gesellschaft der Versammlung beschließt dann die Auflösung der Firma und die Kapitalisierung aller Vermögenswerte und damit auch das Ende der Gesellschaft. Bist du gerade in der Situation, dass du überlegst, welche Exit-Strategie ist für dich die beste, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater, auch Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei uns am Boot, die strategisch, aber auch prozessual begleiten können, diesen Vorgang, dieses Vorhaben umzusetzen. Gerne aber auch kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Exit. Möge er dir genügend Geld auch bescheren, dass du deinen gesicherten Lebensamt abbilden kannst. Dein Daniel Schiefer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.